Wohnen Sie in einem Einfamilienhaus der Extraklasse. Genießen Sie den lichtdurchfluteten, 54 Quadratmeter großen Wohnraum mit offenem Kamin und angeschlossenem Wintergarten. Von der großen Terrasse aus bietet sich ein atemberaubender Blick ins angrenzende Deilbachtal. Leben Sie in einer der begehrtesten Wohnlagen Wuppertals inmitten von Feldern, Wiesen und kleinen Waldgruppen. Der Gartenbereich des über 2000 Quadratmeter großen Grundstücks ist in zwei Ebenen aufgeteilt und umgibt das Haus an allen Seiten. Das 1969 gebaute Haus wurde 1986 kernsaniert und seitdem fortlaufend modernisiert. Die Küche und Bauernstube ist mit Terracotta Bodenfliesen ausgestattet und verfügt über einen hohen technischen Standard. Eine hochmoderne Pelletzentralheizung garantiert auch in der Zukunft Niedrigspreise für den Energieverbrauch. Die Einliegerwohnung im unteren Bereich des Hauses bietet zusätzliche, separate Wohnfläche. Lassen Sie sich diese einmalige Oase der Ruhe nicht entgehen. Der Stadtteil Dönberg steht vor einem intaktes Umfeld im Grünen und bietet eine perfekte Infrastruktur. Kinder können unbesorgt in den umliegenden Wiesen und Wäldern spielen. Kinder können unbesorgt in den Umfeld im Grünen und bietet eine perfekte Infrastruktur. Untertitelung des ZDF, 2020